Hallöchen! Und schaut mal, was ich gefunden habe. Da oben brennt ein Lagerfeuer, seht ihr das? Wir fliegen da mal hin, oder? Lass mal hinfliegen. Wer bist denn du? Man nennt mich den Uralten. Ich erinnere mich noch, als das hier ein belebtes Land war. Doch dann kamen die Craft-Attacks. Und haben alles übernommen. Einst war hier unten eine Handelsstraße mit Holzfäller, der das ganze Land beliefert hat. Was würde ich dafür geben, das Land noch einmal so zu sehen? Mit all seinen Geheimnissen. Der Hexe meiner ehemals Geliebten. Und den ganzen Menschen, die miteinander lebten. Doch wir müssen das Gespräch vertragen. Ich muss noch für Nahrung sorgen. Komm wieder, wenn der Mond hochsteht und der Wind durch die Berge weht. Mein Rücken macht mich fertig. Ach, ich brauch Fisch. Okay, lass uns das doch einfach wieder so aufbauen, wie er es in Erinnerung hat. Mal schauen, was er noch zu erzählen hat. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was er erzählt. Und vielleicht abonnieren und liken. Nur da müssen wir jetzt erstmal... Als allererstes würde ich, glaube ich, da eine Brücke rüberbauen. Und meine Leitungen sind schon wieder fast kaputt. Es ist so nervig. Ich brauch unbedingt Verzauberung drauf. Ich kann ja nicht immer irgendwo Phantomhäute klauen. Aber ich würde die Brücke gerne genau auf dieser Höhe machen, wie hier der Boden ist. So, pass auf. Dann baue ich erst ein Gerüst, das quasi uns auf die Höhe bringt von gegenüber. Vielleicht, pass mal auf, so wieder, wie wir es drüben auch haben, oder? Also drüben der andere Eingang. Ja, easy. Guck mal, es wird einfach so von so einer U-Form gehalten. Und die ziehen wir jetzt noch ein bisschen runter am Berg. Ist doch eigentlich voll gut, oder? Also jetzt, ich meine das ernst. Also ich weiß, ihr seht das vielleicht nicht so, aber finde ich voll okay, ehrlich gesagt. Ein ganz einfaches Gerüst, was trägt. Also wirklich ganz easy. Und ich will hier keine Treppen rein machen. Ich finde, wir könnten hier, wir könnten hier noch so machen. Ne? Äh, so. Das geht eigentlich auch, ja. Aua. So, und jetzt klemmen wir einfach so. Ein paar Lagerfeuer. Aua, dran. Und ein paar Stufen. So. Ein Schaf. Warte, 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 warte. Ich muss Weizen holen. So, jetzt haben wir schon drei da drin. Das ist ja schon mal schön. Zaun. Zaun. Fertig. So, die Brücke steht schon mal. Hier ist, das ist ganz okay. Das kann man so lassen, finde ich. Könnte jetzt auch das umdrehen, aber... Warte, wir probieren es mal aus. Wir drehen es gerade einmal um. Ja, das ist besser, ne? Ich will ja ehrlich sein, ne? Ich finde die Idee des geköpften Berges mega cool. Aber mir ist das viel zu groß. Ich habe noch keinen Dunst, wie ich das hier füllen soll. Ich habe keine Ahnung. Und vor allem, guck mal, das Loch hier, das ist ja immer noch viel zu klein. Das hier müsste auch noch alles weg, damit es Sinn ergibt, ne? Aber muss ja nicht immer alles Sinn ergeben. So, tschüss. Keine Ahnung. Vielleicht clustere ich irgendwann den Berg wieder zu. Einfach so aus unserem Rand und fertig. In der Mitte lassen wir es hohl. Wie mein Korb. Aber okay, jetzt haben wir eine Brücke darüber. Wir brauchen natürlich noch so ein paar Laternen und solche Sachen, aber... Wie wäre es, wenn wir mal den Weg rüber machen? Also, ganz stupide, ne? Einfach so... Schaufel und ab dafür. Alles nicht so leicht. Und dann müssen wir auch noch den Holzfäller bauen, damit der Alte sich vielleicht freut und uns mehr erzählt. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Einfach so wieder hinzulatschen und sagen, äh, erzähl mal mehr, ist, glaube ich, nicht so gut. Nicht dein Ernst. Ich habe das doch gerade erst gemacht. Oh Mann, ey, wo kam der denn her? So, schnell was zu essen holen. Und dann kümmern wir uns mal um den Holzfäller. Eigentlich voll die gute Idee, weil... Wenn wir das so stationär bauen, ne, also hier so ein Weg und da so ein Holzfäller, dann kriegen wir da immer unser Holz, dann machen wir vielleicht da hinten irgendwie eine Mine und dann irgendwie da durch eine Farm oder was weiß ich nicht. Und schon haben wir alles, was wir immer in so eine Base quetschen, halt einfach schön in der Welt verteilt. Müssen wir mal machen. Also, ich finde die Idee ganz gut. Wir brauchen nur noch viel mehr Knochenmehl, ne? So ein Skelett-Spawner wäre mal cool. Das wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir das mal finden würden. So, wir nennen ihn einfach Harald Holz. So, in die Richtung. Ja, cool. Jetzt geht es hier zu Harald Holz. Und Straßenbeleuchtung mache ich keine. Ich glaube, das war damals nicht so üblich mit Straßenbeleuchtung. Also hat es die Laterne an einem krachen Ende. Und ich glaube, so ein Holzfäller braucht doch gar nicht eine riesengeile steile Hütte, sondern eher so ein großes, großes Holzlager. Und dann stapeln wir erstmal hier Holz hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, ist okay, ne? Ich glaube, so kann man das machen. Und dann machen wir hier ein kleines Haus hin. Und da hinten ist halt quasi sein Arbeitsbereich. Da können wir noch so ein paar Stümpfe verteilen, ne? Sozusagen so, guck mal hier, der ist am Nachwachsen so. So, ne? Hier war man ein Baum. Oder hier kannst du das auch machen. Da war man ein Baum. Eigentlich voll okay. Okay, ich habe eine Idee. Ohne Vorbauen, ohne alles, ne? So, dann lassen wir drei frei. So. Und nochmal drei frei. So. Dann gehen wir nach hinten. Lassen immer drei frei. So ganz easy. Noch einen, noch einen. Das ist sonst zu kurz. So. Also drei, drei, drei nach hinten. Und zwei breit. Wobei zwei breit nicht ganz stimmt. Wir machen so und machen hier eine, einen Eingangsbereich rein. Und das war's, ja? Also so, das ist die Form. So. Mit der Ecke hier als Eingangsbereich. So, fertig. Das ist die ganze Form. Die ganze Magie. Nein, Creeper, geh weg. Nicht schon wieder mein Gehweg. So. Ai, ai, ai. Aber ich habe den Eingang jetzt getauscht. Also von der Seite zu der Seite. So, dann machen wir hier zwischen so, so. Ne? Immer schön. Dass wir so eine Unterkonstruktion machen. Wie, wie so ein Keller. Das ist eigentlich relativ einfach. Ich mache nur alles aus Holz. Damit, ähm, es ist halt ein Holzfäller, ne? Was der hat, ist Holz. Und die Wände werden aus so entrindetem Holz. Und dann machen wir so. Nee, doch. Nein, ich weiß noch nicht. Nee. Das passt nicht. Dann gucken wir eher so. Für, äh, das Fenster. So, dann kommen hier noch so Falltüren hin. Das ist nämlich so ein bisschen der Weg. Also so ein bisschen die Veranda hier. Ja. Jetzt müssen wir ein bisschen Holz sammeln. Dach drauf. Boden rein. Geht, ne? Dann haben wir hier den Holzfäller stehen. Mit Holz. Hier kommt gleich noch eine Sägefläche hin. Finde ich gut. Gefällt mir gut. Was muss denn bei so einem Holzfäller stehen, was definitiv nicht fehlen darf? Schreibt mir in die Kommentare. Dann bauen wir es vielleicht nächste Folge noch dazu. So, ich habe es jetzt ganz easy gemacht. Und zwar Massivholzdach. Einfach so hoch und runter gestapelt. Und weil es mir zu hoch geworden wäre, mit der Seite hier, wird die Seite einfach gleich mit so einem abschüssigen Fichtenholzdach abgedeckt. Ganz easy. Als hätte man das irgendwann mal angebaut hier, ne? Dafür holen wir uns aber mal Fichtenholz beim lieben Kroko. 34 noch. Okay. Wie laut. Was ist denn hier los? Ach so, hier ist die Trading Hall. Okay. Also eine kleine davon wahrscheinlich, damit er alles bauen kann. Aber verrückt. Geht das nach ganz unten? Kommt man ohne zu fliegen hier drauf? Nee, ne? Ey. Foko, meine Elytra ist jetzt kaputt. Ich komme da nicht mehr hoch. Nein. Wirklich? Warum haust du... Ich habe Pallus sagen wollen. Ich habe geklopft. Ich bringe dir eine neue, warte. Ja, nee. Also ein bisschen hat sie noch, aber... Äh. 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 So, Haltbarkeit noch 23. Du lebst doch auch auf der Kante, ne? Immer. Immer. Anders kann ich nicht. Ich war im Shopping-District. Ich habe kein Mending-Buch gefunden. Nee, der wird gerade erst übernommen. Der Buchladen hat Excel gemacht und der ist nicht mehr dabei, soweit ich weiß. Deswegen... Kommt man hier auch ohne Elytra hoch? Noch nicht. Okay. Noch nicht. Okay. In der letzten Folge, ne? Ja. Hat man sehr viel gemeckert, dass ich sehr toxisch gewesen wäre, weil ich viel geschimpft habe über Bauwerke, ne? Ja. Ja. Aber ich habe nicht wirklich geschimpft. Ich habe gesagt, jeder kann... Ich kann verstehen, wenn Leute Riesengebäude toll finden und so weiter und so fort. Und ich habe immer einen großen Respekt davor, sowas zu bauen, weil ich könnte das nicht. Ich habe da nicht die Motivation zu, irgendwie. Aber... Ich hoffe, ich halte durch. Ich hoffe, ich halte durch. Weil ich habe... Also im Moment ist die Motivation... Ich besorge mir Shorts und Pompons und dann wirst du so... Kro, kro vor! Kro, kro, kro vor! Noch ein Block! Kro, kro vor! Kro, kro vor! Das ist jetzt hier, Lieder. Okay. Ja, mein Lager. Du bist da auf der Suche nach Holz. Da ist Bluse drin. Spruzewut. Genau, das hätte ich gerne einmal... Also reinzufällig Phantomhaut, dann kann ich die Leitsche reparieren. Uh, warte, 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 warte. Aber deine, deine, deine Bases, ne, sind ja immer mega verwinkelt. Ich würde mich hier verlaufen. Aber du hast ja auch nicht gebaut. Ja, das stimmt. Aber warum ist das denn immer so extremst verwinkelt? Ich liebe das, ich mag das. So, hier, 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 okay. Uh, dann komme ich wenigstens nach Hause. Einer ist noch da. Danke. Ich habe gerade ein Problem. Okay. Das wollte ich eigentlich direkt angehen, dann bist du gekommen. Dieser Turm hier. Ja. Wenn der noch eine Spitze bekommt, dann geht der mir über die nächste Ebene hinaus, weil hier oben... Hm? Hier, kannst du mich hören von hier oben? Hey, ich höre dich! Hier beginnt der schon... Hier sind auch wieder Bauwerke vom Schloss. Hm? Die gehen ja auch wieder so Stück mit, mit, mit Steinen nach unten und der Turm ragt halt einfach weit drüber hinaus. Aber es ist doch nicht schlimm, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich baue den, aber ich sage, im Zweifel haue ich ihn noch mal weg, wenn es ist. Weil ich würde mir denken, ne, erstens ist er ja außen. Also die, die neuen Gebäude sind ja weiter innen. Ja. Das heißt, das ist nicht so schlimm. Und du könntest halt, wenn, wenn du bockig bist, könntest du ja von einem Geheimgang machen oder so und man könnte von der Turmspitze quasi hochgehen, weißt du, und dann oben so einen kleinen Weg rüber und zack, bist du drüben. Ja, das finde ich gut. Also tatsächlich ist die Überlegung gewesen, und ich weiß noch nicht, ob das klappt, zwischen den Ebenen so kleine Verbindungsbrücken zu bauen in irgendeiner Art und Weise. Entweder sind die so mit Absicht so nachhinein schön in Weiß gehalten hinzugekommen oder es sind so Mauerreste, die noch irgendwo ranhängen, wo man halt rüberhüpfen und klettern kann. So auch so als kurze Wege, damit das Ganze natürlich noch verwinkelter wird. Okay. Oder wenn die Gebäude hoch genug sind, mit so Kolben und Schleim. Boing. Oh, das wäre auch nice. Oh, das wäre auch cool, dass ich mich so nach oben katapultiere auf die nächste, oh, das will ich irgendwo einbauen. Yeah, gute Idee. Du kannst das ja, kannst dich ja auch so doppelt schubsen lassen. Also erst hoch und dann nach vorne. Dann rüber. Das ist einfach so boing, paff. Das wäre lustig. Das wäre lustig, wenn du es schaffst, ohne dass das offensichtlich ist, so ein Pinball einzubauen, dass du oben dich hinstellst, rückst auf den Knopf und wirst einfach komplett bis unten hingeschubst. So dong, 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 dong. Lustig wäre sogar, wenn das der Weg nach oben wäre. Ich stelle mich unten auf den Slime, drücke den Knopf und mach das. Und die schießen mich so bis nach oben rein. Und die ganze Base durch. So bum, 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 bum. Wie gesagt, ich habe ganz großen Respekt davor. Ich würde das nie fertig kriegen. Und noch ist voll hässlich. Viel zu groß. Passt überhaupt nicht in die Minecraft. Ich muss doch haten. Du hast Shader an, oder? Ja, ja. Ja, dann schaut das nochmal an. Ich bin im Moment ohne Shader unterwegs. Da ist alles so ein bisschen ursprünglich. Und dadurch, dass ich auch die Gamma-Wert höher habe, ist es auch noch ein bisschen sehr hell alles. Ich freue mich schon, wenn die Shader dann ansehen, weil das Mitschadern immer... Timelapse mit Shader. Da können die Zuschauer genießen. Ah, ja, okay. Du machst Shader selten, damit sie besonders bleiben. Ich verstehe. Genau, richtig. Wie Sport, ne? Sport machst du auch nur selten, damit da was Besonderes bleibt. Damit da was Besonderes für mich ist, genau. Genau. Hast du es mit dem Dopaminausschuss und so noch? Genau. Schokolade, jeden Tag Kilo weiß. Nein. Okay, ich fliege mal zurück. Vielen lieben Dank für... Achso, hast du noch Setzlinge reinzufällig? Bevor ich jetzt zurückfliege, weil dann kann ich sie ein bisschen anbauen. Ja, 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 ja. Leider nicht viele, aber ein paar. Du willst wahrscheinlich vier Stück mindestens, ne? Das wäre am angenehmsten. Ciao, ciao. Jo. So, dann machen wir mal weiter hier. Ja, jetzt haben wir ja das Holz, das wir brauchen. Weil da jetzt nochmal Eiche draufhauen, wäre halt echt unschön. Auch wenn ich gesagt habe, ich nehme nur das, was ich habe. Aber da oben wächst ja jetzt Fichtenholz, also habe ich's. That logic. So, und jetzt machen wir hier einfach so ein verlängertes Dach drauf, damit es so aussieht, als wäre das mal angebaut worden. Da ist das so. Erde weg. Ja, das ist cool, ne? Sieht aus, als wäre das irgendwann mal angebaut worden. Das kennt man auch heute noch, sieht man das voll oft. Finde ich gut, finde ich gut. Gefällt mir wirklich gut. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Deko. Ein bisschen Außendeko innen machen wir in der nächsten Folge, denke ich. Machen wir nämlich hier, so, Zauntor, Zauntor, Zauntor. Und hier diese, da braucht man gar nichts drüber machen. Hier muss man so eine Falltür drüber. Eine Falltür, keine Stufe, bin ich doof. Was ich aber gerne noch hätte, wäre noch so ein Kamin, ne? Irgendwie sowas. Damit der Ort auch ein bisschen mehr auffällt. So, so. Lagerfeuer drauf. Bapp. Und noch vier Falltür drumherum. Ich sag ja, ich baue nichts Atemberaubendes. Aber schnuckelig finde ich es trotzdem. Jetzt noch den Sägebereich. Vielleicht so. Ja. Und dann machen wir noch so. So. Da wird quasi der Stamm drüber geschoben, ne? Und dann könnte man, damit man das so ein bisschen besser erkennt vielleicht, könnte man hier hinten so einen Stamm hinlegen vielleicht. Und hier hinten, ich sag jetzt mal so, so aussieht, als wäre der Stamm durchgesägt worden. So. Und wird sich so hier, lalalala. Das ist, das ist wirklich super simpel. Man könnte jetzt noch so ein, so eine kleine Hebevorrichtung machen, dass der Stamm hochgehoben wird und da drauf gelegt und so. Aber, sagen wir mal, Harald ist stark genug, ne? Das ist ein Funskerl, der wirft die B.O. belegt selber da drauf. Jetzt verteile ich noch Knöpfe, damit es so aussieht, als würde hier irgendwie überall Holzsplitter rumfliegen und liegen und weiß ich nicht. Jo. Finde ich gut. So. Easy. Jetzt müssen wir nur noch innen, jetzt müssen wir nur noch innen was machen, aber das mache ich nicht mehr heute. Ich sag vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Video. Ciao mit V. Hallo. Z shaking.